hallo und guten tag hat er gesagt ja genährt bin ich gegessen haben wir auch wir suchen noch blei damit wir die tauschstation bauen können es ist noch tag deswegen hier geht es voll tempo auf weiter um diese komischen steine zu finden ich weiß nicht wo die schon wieder alle sind wir könnten auch interessanterweise hier den dings ran machen dann könnte ich ja mal so ein bisschen verwenden wir könnten hier suchen titan war das galvanit ich weiß gar nicht mehr geht es nicht hier direkt blei da blei also wenn wir linke maustaste drücken und dann müsste doch hier ich weiß gar nicht mehr ich glaube mehr hier so lang müsste jeder irgendwas dann immer piepen ne kupfer ich war das letzte mal hier so lang geschoben ich weiß dass da sicher bin ich sicher sehr sehr sicher aber anscheinend weiß ich nicht gibt es hier nichts warum nicht nicht hoch oder das sieht nicht so aus ich will jetzt kein kupfer sammeln oder so eigentlich nur gleich schon wieder so ein aussitzer in der letzten folge auch schon gehabt echt merkwürdig versteht nicht so warum so jetzt könnte aber haltet mal ein bisschen aufschlagen detail oder bin ich schon wieder hängen geblieben wie war denn das hier noch mal nicht auch talk sondern baupläne weg was das denn ein standard modell des krebs exoskeletts von altäre modifiziert mit ein was der bescheid ne sondern geologische hier wartest du nicht hier titan gold blei also galanit ok dann müssen wir galanit suchen moment galanit hatten wir das nicht irgendwo hier da da kann ich sagen wenn du schon mal sterben möchtest dann möchte ich auch ein wenn du auch mal sterben dann wird sammeln ich dich auf ein das hier hier im inventar vorher gehe kaputt noch was wo denn da war ja aber ein stück recht okay 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 ja aber ich glaube hier sind wir im richtigen gewässer dafür also wenn es blau wird kann mir das aber auch nicht so gut merken da sollte ich buch führen wo ich immer am geilsten irgendwas finde oder einfach wenn ich so eine erkundungstour schon mal mache einfach mal ein bisschen mehr sammeln war so oft ist ja blei jetzt nicht hier ich bin mir einfach mal ein rand lang ne da man sieht aber auch so sehr heftig ne ja und bei dunklen sachen macht das ja eh voll voll sinn wo machen die ich mich daran warum machen die sowas weiter und wenn ich sterbe daran ja siehst du da war eine wichtige wichtige blei drin ja und und es könnte interessant werden welcher von euch ist es denn ja der könnte sein das mehr silber okay aber der ja war du siehst so aus ja ah shit ey so ne kaka ja da hat es ein paar kriegen wir noch da unten ist er ne das ist ja nicht das ist hier silber und so aber der ist ja wie viel ruhe man hat ne man kann hier schön durch schwimmen und so echt tief entspannt schon mal sagen ich guck mal gleich wie viel blei wir haben ja ein bisschen eigentlich wenig aber ich wollte jetzt auch nicht die ganze folge hier verbringen kann ja noch jetzt wenn wenn man hier okay gerade sagen wenn wir eh jetzt zur motto zurück machen was ist denn hier los jetzt habt ihr aber hier eine macke ne ne scheiß titan will ich nicht jetzt haben sie aber hier so ein bisschen übertrieben ach so das war ein pinguin schade dass wir hier nicht reinkommen und dann mal ach so ich komme aber griechewald gewonnen naja das ist wirklich immer so das traurige alles schon offen alles schon benutzt ne selbst hier wenn ich jetzt noch mal die databox ne das ist ja nisch ach leck mich echt hätte jetzt müssen wir wirklich zurück jetzt können wir doch mal richtig was bauen jetzt muss man zurück jetzt bringt gar nicht wir haben jetzt jetzt erst ob die behindert warum haben wir jetzt erst den scanner raum aber ich war doch da schon mal 100 prozentig aber so was was von prozentig ist mir egal was der kameramann sagt ich weiß ganz genau ich bin recht sicher recht aber ist auch jetzt bockwurst hauptsache wir haben es können jetzt hier mal ein bisschen stoff ich hoffe ja dass wenn wir das modul bauen können also fertig bauen das für die seemotte also diesen hangar taucht stock und so weiter und so fort dass wir denn nämlich auch ein bisschen was erweitern können ich weiß es ja gar nicht ich bin so aufgeregt ich weiß auch gar nicht mehr wie es so war mir kommt es nur vor da ich jetzt hier so ich glaube das folge 23 24 oder sowas müsste es sein und dass ich einfach so ein bisschen sehr langsam bin und noch gar nichts erreicht habe aber ich spiele das auch zum ersten mal und gucke mir keine tipps ab oder sonst irgendwie so na also ich gucke nicht im internet und da ich denn so ah da ist die hülle was für zufall dass wir die hülle heute gefunden haben ne sowas mag ich nicht da bin ich mir sehr eigen ich finde mal so eine spiele ist genauso wie bei ancestors oder sonst irgendwie was ne ich will immer alles alleine rausfinden weil ich einfach so ein unglaublicher möchte gern survival spieler bin ne aber sonst geht mir selber so der spiel spaß im flöten und aber es dauert dann eben natürlich ein stück länger aber mir persönlich macht das nichts aus weil ich spiele da einfach gerne hier so ein bisschen rumschwimmen weil man eben so wie jetzt auch in diesem moment ich bin mir zwar sicher dass ich da schon mal war oh ich bin ein bisschen viel zu schnell ja mein kleiner wollen wir tanzen oder kann's ja so haben wir noch was zweimal ja wir brauchen ja immer was deswegen ich sammle es einfach mal außer ich bin voll okay nischt voll ja wo wollen wir das eigentlich die scanner station ran bauen wenn ich das hier als dings habe dann müsste ich ja hier den konstruktor noch mal rausholen naja den machen wir mal hier hin und dann einfach mal mehrzweckraum noch bauen ne wo sind denn meine räumchen da sind sie so ja so und dann machen wir nämlich hier den scanner raum rein ok der scanner raum da und jetzt dazwischen so eine röhre warum geht das jetzt nicht hier du arsch aha so könntest du bauen aber so nicht nochmal hä bist du denn ein bisschen happen dämlich oder was aha ja ok nütze daran den scanner raum oder was ich sehe doch ja nicht wo du hängst da ich muss ja erstmal fertig bauen glaube ich das hilft sonst halt nicht auf jeden fall muss ich hier mal eine einstiegsluke bauen falls ich mal abkürzen möchtete luken haben wir ja jetzt gelernt das geht schon kein problem wir packen erstmal ach so ja was machen wir als erstes ich muss ja erstmal ja erstmal wasser machen oder so ne sonst wird das ja nichts erstmal ein bisschen tausend mal wasser machen shit 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 also sonst wären die ja schlecht die teile die fische bringt ja denn nichts jetzt haben wir so viel wasser geholt weil ich immer meinte ja wir haben so ein kleines wasserproblem und jetzt müssen wir natürlich auch wasser machen ja siehst du sind wir schon fertig dann machen wir noch hier ein zweimal essen job das ist nämlich dann so ja und sonst so ein kabelsatz brauchen wir eh ein erweiterter kabelsatz ist glaube ich mit gold und computer chip computer chip brauchen wir kubadrat das machen wir auch mal gleich irgendwas war das brauchen wir auch ich glaube vier mal sogar aber können wir nicht nicht mehr so können wir alles nicht mehr ist auch nicht so das problem ach so ne ich würde sagen wir machen erstmal eine essung eine trinkung ja jetzt sind wir nie fully die full so dann können wir das weg packen und dann geht's los pass auf wir wollen seltenes da ist es nicht drinne wir haben das hier bei wertvoll natürlich auch nicht natürlich nicht drinne bei stuff natürlich so dann brauchen wir natürlich nochmal silber und eine quatschung auf jeden fall quatsch ist aber auch also in letzter zeit ziemlich ziemlich wenig geworden wir machen noch zweimal das hier ja ich habe schon wieder daneben gedrückt erst mal glas herstellen glas herstellen glas sind zwar richtig emuliertes glas dazu brauche ich diamant seid ihr denn behindert weißt du wie das kostet ähm wir machen auf jeden fall erstmal einen kabelsatz ne so haben wir tischkorallen eingepackt haben wir warum kann ich kein computer chip machen weil mir fehlt was was ans staff ach gold ja gut ja gold ist ja eine einfache sache einmal gold noch mitgenommen ich glaube ich können wir das schon mal herstellen und eine erweiterten kabelsatz ne weil da fehlt nämlich auch noch gold ok irgendwie habe ich das Gefühl haben wir jetzt beide sätze ja zwei sätze haben wir ok gut und dann schwimmen wir da nämlich mal hin und wollen wirklich konstruieren aber da hat ein gequetscht alter geht irgendwas kaputt? ich glaube nicht ach so ich brauche erstmal die Talbahn ok und das lässt er mich wenigstens mal ein bisschen herstellen mir fehlt ja noch richtig viel hier Ablei ok bei 12 ok klar Stahl erstmal Titan ok oh man was haben wir jetzt denn noch an ok wir haben so ein bisschen was ich nehme erstmal ganz viel Titan wir müssen eins nach dem anderen weg machen wir müssen eins nach dem anderen weg machen wie kriege ich denn nochmal Plastahl Titanbahn und Lithium ok hatte ich nicht noch Stahl gehabt ich frage nochmal ganz doof weil wir ja am Anfang so viel davon hergestellt hatten um Platz zu haben aber alles schon weg ok naja kann ja sein so dann das noch einmal hier und dann Lithium auf jeden Fall ok so dann holen wir zweimal Lithium ok mit dem Problem und nochmal der restliche an Titan damit wir die den eben Mehrzweckraum da noch bauen können klar Stahl naja das wird ja 300 Jahre dauern wa oh man der brennt sich da schon richtig tot ok nochmal zweimal Lithium ach lecke Mio da haben wir ja gar nichts mehr puh ja das heißt Lithium müssen wir auch dann auf jeden Fall mal wieder sammeln ist ja Wahnsinn wie schnell immer das Alt weg geht ne ist ja auch noch Silber und Gold ne habe ich nie gewollt aber nur dich nur dich allein versteht ihr das ist so heftig krass manchmal nein nein nicht bauen mach doch einfach fertig naja ok warum bringt denn er immer die Scheiße jetzt so den großen Raum haben wir fertig jetzt sind noch Titan boah aha coole Scheiße wa ok wie bau ich denn was das war ich weiß nicht ho ich 4 4 5 5 5 5 5 alter der ist ja gar nicht mehr so lustig der raum war wie kann ich denn? muss ich da reparatur nehmen oder was? mh Warum geht das nicht? Ich bin so ein bisschen gerade so erschrocken. Und die Frage ist ja, wow, was ist denn hier los, Alter? Richtig was los. Ja, ich weiß, Sauerstoff geht runter, aber wir haben so richtige Probleme jetzt. Mein Headquarter ist a many many im Arsch. Und wir brauchen Lithium besonders, ne? Lithium. So, wo finde ich Lithium? Lithium liegt doch eigentlich irgendwo da, oder? War das nicht so? Gotti Gott, ey, ich wollte doch nie so viel Kacke haben im Leben, ey. So, Lithium. Bist dann das auch Rubine, ne? Leute, da, 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 da. Lithium. Alles klar, finde was. Zwölf in der Nähe, oder was? Also, ich weiß, da auf diesem Plateau gab's ja... 13, 12. Ach, leck mir die, Alter. Echt jetzt? Wir wollten ja aber alle auch ein bisschen verorschen, ne? Jetzt, wo es wichtig wird, weißt du? Nix mit Lithium. Ich bin mir auch versichert, da das hier irgendwie mehr Lithium geben müsste. Aber auch nicht wirklich. Hm. Jungs und Mittel. Wir haben echt ein stärkendes Problem. Wir haben kein Lithium. Was sind wir hier eigentlich? Was ist das für ein Kack? Hier ist gar nichts, ne? Das ist einfach nur eine Eisscholle hier. Ein bisschen langweilig, wa? Hm. Hm. Ich dachte, da ist jetzt so richtig fetzig was los. Okay. Und wie fetzig noch was los ist, sehen wir in der nächsten Folge. Wir brauchen Lithium. Unsere Base seufzt ab. Oh, nee. Nee, ich will das halt nicht. Aber werden wir es schon schaffen. Sieht hier aus, nach Lithium. Ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sioni und das Lithium-Problem. Bitt dann. Ciao, ciao.